Zusammenfassung Die Geschichte spielt in der malerischen Stadt Massawa, an der eritreischen Küste. Sie erzählt von Alem, einem jungen Fischer, und Selam, einer talentierten Weberin. Ihre Liebe blüht auf, während sie sich gemeinsam gegen traditionelle Erwartungen und moderne Herausforderungen behaupten. Szene 1 – Begegnung am Markt Alem verkauft Fisch auf dem lebhaften Markt von Massawa. Selam kommt vorbei, um Stoffe zu kaufen. Ihre Blicke treffen sich, und es entsteht eine sofortige Verbindung. Dialog Alem, dein Lächeln ist heller als der Sonnenschein auf dem Roten Meer. Selam, und dein Mut, den Wellen zu trotzen, ist bewundernswert. Szene 2 – Geheimes Treffen Alem und Selam treffen sich heimlich am Strand bei Sonnenuntergang. Sie tauschen Träume und Hoffnungen aus. Dialog Selam, manchmal fühle ich mich wie eine gefangene Welle, die nach Freiheit strebt. Alem, und ich werde dein Boot sein, das dich zu neuen Ufern trägt. Szene 3 – Konflikt mit der Familie Selams Familie plant eine arrangierte Ehe für sie. Alem konfrontiert Selams Familie, um um ihre Hand anzuhalten. Dialog Alem, ich habe vielleicht nicht viel, aber meine Liebe zu Selam ist so tief wie das Meer. Selams Vater, du bist ein einfacher Fischer. Wie kannst du für sie sorgen? Szene 4 – Der Sturm Ein großer Sturm bedroht das Dorf und Alems Boot wird zerstört. Selam zeigt ihre Unterstützung und hilft Alem beim Wiederaufbau. Dialog Selam, wir werden diesen Sturm gemeinsam überstehen. Unsere Liebe ist stärker als jeder Wind. Szene 5 – Happy End Selams Familie erkennt die tiefe Verbindung zwischen Alem und Selam. Sie geben ihren Segen. Alem und Selam feiern ihre Hochzeit am Strand, umgeben von Freunden und Familie. Dialog Alem, du bist mein Leuchtturm in der Dunkelheit. Selam, und du bist der Wind, der meine Segel füllt. Ende Diese Zusammenfassung bietet Ihnen einen Rahmen für eine romantische Liebesgeschichte mit einem einzigartigen eritreischen Hintergrund.